Ja, hallo liebe Lego-Fans, liebe Freunde des gepflegten Steine-Kombinierens, hier ist Ben Briggs und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Marvel Infinity Saga, was muss ich da groß noch zu sagen? Ich glaube, ihr wisst mittlerweile alle ziemlich genau, dass ich ein Riesen-Fan dieses Franchises bin und auch natürlich ein großer Fan der Klemmbausteinsets, die dazu gefertigt wurden. So, ich sage hier ganz bewusst Klemmbausteinsets, weil ja, natürlich hat Lego die meisten Marvel-Superhero-Sets gemacht, aber ihr wisst natürlich, oh, da gibt es noch diesen großen Tower von Panlos. Ja, ein Schmuckstück, immer wieder, wenn ich dran vorbeigehe, richtig, richtig cool. Ja, aber heute soll es nicht um den Tower gehen, sondern um was anderes schönes Schmuckes und das ist tatsächlich dieser Infinity Gauntlet. Ja, ja, Schmuck ist dann natürlich hier auch das entsprechende Wort, denn dieses Ding soll natürlich den Raum hier irgendwo zieren und es ist ein Display-Modell, dementsprechend soll es auch Schmuck aussehen. Aber ich glaube, bevor ich jetzt hier noch zu viel drüber erzähle, ich würde sagen, wir schauen uns das ganze Ding mal genauer an. Glitzer, glitzer, glitzer. Ja, und da steht auch schon vor euch der Infinity Gauntlet, der Infinity Handschuh aus der Marvel-18 Plus Serie. Ich sage immer 18 Plus, da gibt es ja Leute, ich weiß jetzt nicht welche, mir fallen gerade keine Namen ein, ich glaube irgendwas mit T, Thomas, egal, die dann immer sagen, dass das Quatsch ist mit dem 18 Plus, dass das auch jedes dreijährige Kind bauen könnte. Gut, bei dem Set weiß ich das nicht hundertprozentig, aber 18 Plus ist für mich einfach eine Interessenzielgruppe, also eine Zielgruppe, 18 Plus. Leute, die dieses Set kaufen, sind eher 18 Plus. Gut, aber das ist nochmal ein Nebenschauplatz. Das Set hier hat die Nummer 76191 aus dem Jahre 2021 590 Teile und das Ganze, und das ist eine steile Ansage für 69,99. Ich habe es tatsächlich für 5 Euro bekommen. Nein, aber das ist natürlich klar, ich habe es bei Lego selbst gekauft und dann mit Gutscheincodes und VIP-Codes und hast du nicht gesehen. Und dann war die Sache halt auch nicht so problematisch. Ja, die Kamera finde ich ist heute, beziehungsweise die Beleuchtung ist natürlich heute exzellent. Das Ganze glitzert und glänzt und hast du nicht gesehen und so muss das auch sein. Also das Ding ist natürlich super, das ist natürlich der Handschuh, den Thanos in Infinity War anhat, wo er dann alle die 6 Infinity Steine versammelt, um am Ende dann den sogenannten Snap durchzuführen, der dann zu der Auslöschung der Hälfte der Lebewesen im Universum führt. Aber zu den Steinen kommen wir natürlich gleich noch. Zunächst einmal möchte ich euch die Packung ganz kurz ein bisschen näher bringen. Ist ja bisher nicht so meine Sache gewesen, aber ich finde gerade hier macht es auf jeden Fall Sinn. Ja, die sieht einfach schnieker aus, schön in schwarz gehalten, sodass der goldene Handschuh auf seinem Sockel richtig gut zur Geltung kommt. Und unten die Angaben zu dem Set, die ich euch ja eben schon mitgeteilt habe. An der Seite ganz schlicht und ergreifen nochmal Infinity Gauntlet drauf gedruckt. Hinten die berühmte Haltung, wo der Snap durchgeführt wird. Hier unten sehen wir auch nochmal Thanos aus dem Film, gespielt von Josh Brolin, wie er den Snap durchführt. Und das ganze Konstrukt ist am Ende 31,9, also 32 Zentimeter hoch. Hier sehen wir ihn auch nochmal in voller Pracht. Ja, jetzt glänzt es nicht ganz so toll. Ja, genau. So, das ist die Verpackung. Kommen wir zum Objekt der Begierde. Fangen wir unten an, an der unspektakulären Sache. Aber was eigentlich auch ganz geil ist, wir haben hier unten eine kleine Plakette auf so einer 4x6 Plate mit freien Noppen in der Mitte. Die ist bedruckt. Infinity Saga, Infinity Gauntlet, alles wunderbar. Ja, und dann geht der Spaß richtig los. Gold, soweit das Auge reicht. Gold, Gold, Gold. Mal abgewechselt von dem Dark Ten. Und ansonsten Gold, 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 Gold. Es ist fantastisch. Und selbst meine Frau sagte, als sie dann das gesehen hat, Mensch, das ist ja richtig schönes Gold. Und wenn ihr dann die einzelnen Tüten auspackt, das sieht schon richtig klasse aus. Hier oben haben wir noch so eine, ich weiß jetzt nicht wie diese, das ist wahrscheinlich Pearl Gold. Bin ich aber jetzt nicht ganz sicher. Korrigiert mich gerne. Auf jeden Fall auch so ein anderes Gold. Und dann hier haben wir noch diese Nougat Farben, die da drin sind. Hier glänzt noch ein bisschen vom Dunkelgrau durch. Auch da sieht man hier drinnen ein bisschen was von der Konstruktion. Man könnte jetzt heulen und zähneknirschend fragen, was diese blauen Nüpsis hier bedeuten. Aber ganz ehrlich, das ist mir. Und wenn ich mal ganz ehrlich sage, euch ist es eigentlich auch furzegal. Weil man sieht ja nichts mehr von der Konstruktion. Und von diesen blauen Steinchen. Ja, Gold, soweit das Auge reicht. Ich habe es schon gesagt, wir können die Finger in ihren Gelenken bewegen. Das haben sie ganz wunderbar hingekriegt. Also wir können auch hier den Du-Du-Du-Finger machen. Das geht auch absolut kein Problem. So, hier zum in der Nase bohren. Mäh, 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 mäh. So, dann gucken wir mal. Hier sehen wir es auch. Überall die Gelenke, die sich hier biegen lassen. Wunder, wunderbar. Und ja, dann kann man natürlich auch diese ominöse Szene aus dem Film nachstellen. Indem wir halt hier dann Mittelfinger und Daumen zusammenführen lassen. Und dann haben wir hier den sogenannten Snap, der durchgeführt wird. Also das Schnipsen mit der Hand. Ja, das funktioniert natürlich nur, wenn alle sechs Infinity-Steine auf dem Handschuh vorhanden sind. Ich klappe nochmal die Hände hoch, die Finger hoch, weil ich finde, die sehen halt einfach schnieke aus. Also es ist einfach toll gemacht. Am Ende vielleicht hier ein bisschen repetitiv zum Bauen die Finger, aber sensationell. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben den orangenen Stein. Das ist natürlich der Seelenstein, der auf einem Planeten, glaube ich, soweit ich das im Kopf habe, noch zu bekommen war. Dann haben wir hier den Realitätsstein. Das ist der Äther, wie wir ihn aus Thor 2 kennen. Dann haben wir natürlich den blauen Stein. Das ist der Raumstein, der im Tesseract aus Avengers 1 zu sehen war. Dann haben wir den lila Stein, den Machtstein. Da bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher, der müsste bei den Guardians... Genau, das ist der Orb bei den Guardians of the Galaxy. Dann haben wir den gelben Stein. Das ist der Stein, der ganz als letztes eingesetzt wird. Nämlich der sogenannte Gedankenstein, den Vision, eine künstlich erschaffene Kreatur, in ihrem Kopf trägt. Und dann haben wir hier den Zeitstein, den grünen, mit dem Thanos überhaupt erst in der Lage ist, den Gedankenstein zu bekommen. Denn er spult die Zeit zurück und holt sich den Stein dann doch, obwohl es erst so scheint, als wäre Thanos besiegt in Infinity War. Ich glaube, spoilern müssen wir jetzt gar nicht mehr wirklich drüber reden. Da ist auf jeden Fall, wer den Film halt noch nicht gesehen hat, gut, dann ist das halt so. Lohnt sich aber trotzdem, es ist einfach gutes Popcorn-Kino. Ja, hier haben wir natürlich die Innenfläche des Handschuhs auch wirklich super gemacht. Immer mal mit verschiedenen, es ist nicht geradlinig. Wir haben hier diese Rundflächen, dann haben wir hier das, wie man es halt so kennt, von der eigenen, vom Daumenballen hier unten. Wirklich schön gestaltet hier oben das, was zusammenhält. Und was ich ein bisschen irritierend fand, aber vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, waren diese Plate Modified mit dem rechten Winkel und den Noppen an der Seite. Da war ich am Ende irgendwie ein bisschen irritiert, warum die hier hinkommen. Aber ja, ein absolut grandioses Set, gerade für Liebhaber der Avengers-Filme und Marvel-Comics und was auch immer es ist, es ist großartig. So, und gerade wenn ihr sagt, ihr braucht Gold, gut, ob ihr dafür jetzt 70 Euro ausgeben wollt, ist halt die Frage. Aber ihr kriegt viel Gold, ihr kriegt viel Gold, ja, 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 das ist also der Infinity Gauntlet von Lego aus der Marvel-Serie und ja, ich persönlich muss einfach sagen, genial. Ja, Freunde, was soll ich sagen, ein richtig geniales Set. Einfach zu bauen, überhaupt keine Schwierigkeit und ein grandioses Ergebnis. Das baust du ungefähr so in einer guten Stunde, aber hast du es weggebaut. Und, ach, hier diese Dinger, die stören manchmal ein bisschen, aber man hält es ja auch nicht in der Hand, denn das ist natürlich, wie schon erwähnt, ein Display-Set, was optisch einfach richtig toll ist. Abgesehen davon, dass es toll ist, die Farbe und so weiter, gibt es aber auch eine Kleinigkeit, wo ich so ein bisschen sage, nee, das gefällt mir nicht so und das sind hier die Infinity Steile. Wer die Comics gesehen hat, gelesen hat und auch im Film, da sieht man eigentlich, dass die Steine relativ gleichförmig hier sind. Das sind sie leider hier nicht, deswegen bin ich da, naja, mal gucken, entweder ich baue es ein bisschen um. Ihr kennt ja, wenn man meckert, was ja en vogue ist momentan in der Klemmbausteinwelt im Internet, ja, dann soll man es doch bitte auch besser machen, ne. Deswegen, wenn ich mich da nicht dran gewöhnen kann, dass die Steine so unterschiedlich sind, ja, dann gehe ich vielleicht hin und ersetze die Teile und dann wird das anders gemacht. Ja, aber gut, bis dahin muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ja, ansonsten, definitive Kaufempfehlung, macht sich einfach toll hier im Regal, beziehungsweise irgendwo, wo man es sich schön hinstellt. Ja, aber jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt zu diesem wunderschönen Set. Schreibt es mir unten in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, ich weiß, dass der eine oder andere das schon hat. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute unter euch, die noch unentschlossen sind, dann vielleicht hilft euch das Video und ansonsten schreibt mir einfach eure Meinung unten rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ja, ansonsten war es das von mir und ich würde mich natürlich riesig freuen, dass, wenn dir das Video gefallen hat, du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann kannst du ja auch gleich mal eben den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren. Denn dann wirst du immer informiert, wenn was Neues von mir hier kommt und dann sehen wir uns im nächsten Video und da freue ich mich sehr drauf. Aber bevor wir heute auseinander gehen, eine Sache noch, nicht in eigener Sache, sondern in freundschaftlicher Sache. Der liebe Bloxy, Bloxstar, ihr wisst Bescheid, hatte mich gefragt, ob eine gewisse Positionierung der Finger möglich sei. Und ich muss sagen, live long and prosper. Und ich muss mich voilà, wenn du Llそうですね bist, dann deine WIR erstmal aufn Points und kommen alles zusammen. Und ich muss sagen, wir müssen Regisse, wählen die WIR merciange, kommen alle aufn passt, kommt alle aufn modifications zu Anfang. Ich wünsche mich dieser Auchin 4-13-2er Cuz-4-2. Ersts-4-2 hier sehr wohlfassbar mir vor. Vielen Dank.